In unserem Dollendorf der Woche fließt die Hau nur so still vor sich hin, als könne sie keinem was zu Leide tun. Dabei denken bei Unterhauen viele an Hauen. Sind aber alles friedliebende Menschen da, mitten im Kreis Hersfeld-Rotenburg, die sich den Tag mit Singen vertreiben, die Kleinen und die Großen. Und das tun die mit so viel Inbrunst, dass man ganz durcheinander kommt. Denn Hessen liegt doch nicht am Meer, aber eigentlich war es wie ein Ausflug an die Küste. Unterhauen im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Vermeintlich weit weg von der Nordsee hat man Schentikor und eine Eisenbahnstrecke. Probieren wir später einfach nochmal. Es gibt aber auch ganz stille Stellen in Unterhauen, zum Beispiel am Kunstwanderweg. Rasender Stilstand heißt das Kunstwerk hier. Oder die Schatztruhe zwischen zwei Bäumen mit den Namen, die Hexe sagt, nicht öffnen. Es wird in Neugier angeregt, in die Küste hineinzusehen. Der Schlüssel steckt. Aber die Küste hängt zu hoch. Trotzdem möchte man gerne sehen, was ist eigentlich da drinne. Wissen Sie, was drin ist? Nein. Das weiß keiner. Zurück zur Bahnstrecke. Die ist gewissermaßen eine richtige Sehenswürdigkeit in Unterhauen. Also zumindest der Bahnübergang. So ungefähr 300 Mal am Tag geht die Schranke hoch und runter. Und als einer der letzten Bahnübergänge in Hessen wird er noch Hand betrieben. Und das, obwohl direkt daneben Strom erzeugt wird. An der Haune gibt es nämlich noch eine richtige Mühle. Nur, wo ist eigentlich das Mühlrad? Das Mühlrad ist hier unten drunter. Warum ist es nicht außen, wie bei so einer klassischen Mühle? Das ist eine Frenzis-Turbine. Da ist es in einem Schacht drin. Aha. Das waagerechte Ding da hinten, unten ist es. Und sobald Wasser durch die Kammer läuft, ist von dem Mühlrad nichts mehr zu sehen. Dafür treibt es oben dann einen Riemen an und erzeugt Strom. Früher sah die Mühle mal so aus. Wie man hier sieht, da sind Holzbalken drauf, Bäume. Das ist noch aus der Zeit des Sägewerks. Und die ist dann abgebrannt? Das ist Anfang der 20er Jahre rum abgebrannt. Und wurde dann eben nur noch als Mühle wieder aufgebaut. Ach, schön ist die Haune und die Mühle. Und was machen unsere Seemannslieder? Nee, gerade schlecht. Da fährt ein Zug. Dann lassen wir erst mal die Kurzen singen. Die machen mit ihrem Kindergarten Villa Kunterbunt einen Ausflug zu den Eisenbahnfreunden. Eine ganze Halle voller Modelleisenbahnen. Für alle, die keine Ahnung haben, wie das funktioniert, Luke kann's erklären, oder? Na dann los. Die hat jetzt eine Kolbenstange, dass sie ihre Räder vorbewegen kann und zurück. Sie hat einen Stornstein, um da Dampf rauszukommen. Und manchmal stehen auf den kleinen Tieren, wie Bären oder so. Bären haben wir auf der Strecke jetzt nicht gesehen. Aber wenn Luke das berichtet, wird es wohl stimmen. Jetzt noch eine kleine Übersicht, was es neben all den tollen Häusern, Gärten und Signalen noch so alles zu sehen gibt. E.T.E. gilt dazu, Dampflok, Rangierlok oder Weichen. Jaja, die Kinder in Unterhauen werden nach dem Ausflug wahrscheinlich alle Lokführer. Es gibt noch einen weiteren Schlauch, als ich dafür mit Sitzel fährt. Was denn? Und Fesseln. Selbstverständlich. Nächster Versuch bei unserem Shanty-Core. Ach, kein Zug. Aber mal ehrlich, Seemannslieder in Unterhauen? Ihr habt euch doch verlaufen. Nein, wir haben uns eigentlich nicht verlaufen. Denn wenn man hier hinguckt, maritim sind wir in Form von unserer Haune. Die Haune ist direkt verbunden mit der Nordsee, fließt hier zwei Kilometer nördlich in die Fulda bei Bad Hersfeld. Die vereint sich in Hannoversmünden mit der Werra und fließt in die Weser und kommt in Bremerhaven in die Nordsee. Deshalb sind wir direkt verbunden mit der Nordsee. Klar, diese exponierte Lage erklärt auch, warum hier schon seit Ewigkeiten Menschen leben. Zu sehen an der Ruine der Kreuzkapelle. Im 8. oder 9. Jahrhundert wurde sie gebaut, vermutlich auf einem alten germanischen Versammlungsplatz. Mittlerweile ist sie nur noch eine Sehenswürdigkeit. Ach, schön ist es in Unterhauen. Der Posaunenchor, bitte. Und auf, die Posaunenchor! Aber hallo.